Und damit willkommen zurück zu Hades! Äh, gib den Fisch an den Schiff... Oh... Aber an dem hab ich das schon mal gegeben, ne? Wer fehlt mir hier aus dem Haus noch, irgendwer? Ach, hier. Oh, ne wunderbar, dem hab ich noch nichts gegeben hier. Hypnos. Guck mal hier, Hypnos. Überraschung, Hypnos. Ich habe dir das. Woah, woah, woah! Du kannst das hier rein bringen! Heh, nur verrückt! Ich bin gespannt, dass du auch ein Hypnos bekommst. Cheers, Hypnos. Geldbörser. Ah! Stattonisch, der hat Geldbörser. Hey, hast du gesehen? Ein Vater ist zurückgekommen. Er ist hier, irgendwo, ich denke. Ein guter alter Thanatos. Er ist so busy all the time, er... never talks to me. Kind of like dein Vater mit dir, ich denke. Indeed. Achilles ist nicht da. Achilles ist nicht da. Daddy hat nicht viel zu sagen. Der Headchef will dieses Fisch wollen. Kuchen ist ein Weg, um die Zeit zu passen. Das ist mein letzteres Haar. Oh! Okay, Fischen lohnt sich ja hart. Megara, der feuturte Serpent des Hauses. Das lohnt sich ja tatsächlich hart. Holy shit, okay. Das klingt handig da. Ich kann das nicht afforden. Sorry. Na, gerade... Wie viel davon habe ich eigentlich? 33. Nix. Nix. Sometimes I get the impression the Olympians look down on those of us born of the underworld. Is that my imagination or what do you make of it? The gods of Mount Olympus tend to think themselves above us, child. Or so your father often likes to say. He alone was relegated to this realm and grew resentful of his relatives on high. I can't imagine him otherwise. Oh, hey, you brought some Fisch. You can smell it all the way from down the hall. That's great. The headchef can take it off your hands. Should be right in the back of the lounge, like always. Thanks for helping us out, Prince. Ähm, sure. Äh, Skelly habe ich noch keins gegeben. Guck mal, der kriegt auch eins von mir gleich mal. Tja, was kann ich, glaube ich, keins geben? Gehe ich mal von aus. Oh. Help me to understand something, Orpheus. Why do I bother her keeping such a worthless shadow of a court musician in my house? You prattled zeselessly. But I can't get even a single note out of you. If I may be so bold, my lord. Perhaps the mirror side of me still stirs in you a memory of my performances of your. So, it gladdens me, you used to like my songs. I used to tolerate your insolence. We're finished here. You find your voice immediately. You have 100 years and not a moment more. Poor Orpheus. Ah, man kann Cerberus doch. Look what I got for you, boy. As one of Cerberus' heads receives the Prince's gift. Another muscle something back into his hand. Thank you, boy. Okay. So, wer fehlt mir denn noch? Orpheus haben wir. Da hab ich sogar schon zwei was gegeben. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Tesaus und Asterios kann ich nichts geben. Scali bekommt jetzt gleich noch. Und bei den Göttern habe ich Aphrodite noch nicht. Und Hermes. Okay, Aphrodite und Hermes. Chaos, glaube ich. Kann ich Chaos auch was geben? Ja. Hm. Ah. Wann nochmal. Advanitas habe ich schon. Hab ich schon. Elektro Dingens Chaos kann man auch geben. Okay. Alles klar. Aber ich gebe jetzt erstmal Scali was. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. 200 noch was. Das ist das. Ich würde sagen vielleicht bestimmt irgendwas. Äh. 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 Unheimische Kunst. Äh. Ist gut, Schatz. Hier. Erstmal das mal so weit es geht voll. So. So. Scali. Für dich, Freund. Ich dachte, du könnte einen Kick aus dem. So. Für mich, Pal? Unheimlich nett von dir. Unheimlich nett von dir. Aber weißt du was? Ich habe das für dich. Tit für tat. Du verstehst? Es ist ein Problem. Ja. Ein Glückszahn. Ein Glückszahn. Ein Glückszahn. Ein Glückszahn. Prophezeiung. Ein Glückszahn. Ein Glückszahn. Ein Glückszahn ist alles klar. Äh. Es ist halt nur einmal, ne? Bleib mal bei mehr Schaden. Äh. Warte mal. Ich habe ein Dings fertig, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah. Oder auch nicht fertig, aber es hat sich... Ah, okay. Gottes Krieges, Gottes Weines. Herzenssache. Mh. 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 Äh. Okay. Ach so, warte mal. Mit den Sachen muss ich das... Muss ich nochmal spielen, ne? Hm. Hm. Mhm. Hm. 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 I'm just saying, don't get your hopes in me. Maybe I just want to show you things to my friends for its own sake. Sure. I think I'll try this one. Exit, you're telling me your secrets. Oh, da, 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 da. Wormissschreiben. Hey. Komm mal her. Hallo. Nee, okay. Ehresvariante, okay. Ehresvariante, eh, eh, Schützer 1, 2, 1,5, Bonus, Munitionskapazität. Okay. Mit 16 Schuss. Und mit diesen 16 Schuss geht's jetzt los. Darkness, give me strength. Oh. Gift, direkt am Anfang. Hm, ich red mir. Meine Angriffe bringen Gift mit sich, so. Easy ist shit auf meiner Leihwetter. Holy fucking shit. Crushed. We aren't. Zack. Next. That's it. Danke. Okay. Uh, mit ihm. Cool. Okay. Nein, 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 nein. Da ist ein Goldkrupp. Awww Awww An Upgrade! Dann nehmen wir doch das Gift Upgrade! Definitiv mit! Krass, wie viel Schaden das Gift macht! Aua! Punk! Mehr Gift Schaden! Mhhh, nam nam nam, lecker! Äh, yo, ich hätte gerne noch mal ein paar Trades! Trades wären nice! Aua! Aua! Äh... Hallo! Nochmal Gift! Und dann Stopp! Der Stopp bringt mich nicht weiter, deswegen nehmen wir nochmal Gift! Äh... Let's go, lads! Let's go, lads! Zack! Mhhh... Äh, ne. Immer die epische Variante noch. Eine Spezialität, nämlich noch Gift. Episch vor allem. Sehr gut. So, das heißt aber, ich brauche kein Ares. Aua. Not a chance. Easy. Äh, Frodita-Upgrade oder Chaos? Nee, ich nehme mal nicht Chaos, ich nehme mal das Upgrade mit. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Just in time. Power of Olympus. Oh, noch mal Giftschaden. Vergesst nicht, in den Shop reinzugucken. Ist mir aufgefallen. Na, ist sicher ein. Blut. Komm schon. Bamm, 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 bamm. Äh. Achso, siehst du, ich muss mir mal ins Wasser gucken, ob ich irgendwo fischen kann, ne? Ja. Sollte ich nicht vergessen. Äh, MC Hammer oder ein Live-Upgrade? Ich nehm den MC Hammer, weil ich nämlich immer noch das, ähm, 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 für mein... Oh Gott, no. Punkt, so gut, Dexter Griff. So, Spezialität für Zunaraki. Jawoll! Oder Angriffe springen über. Das ist natürlich mit Gift in Kombi, auch geil. Dann machen wir erst mal das hier. Let's go, Exegryph. Äh, okay. 43 Miner, komm, machen wir mich mal wieder voll. So. Why shouldn't we do this? Ich hab hier gerade... Achso, ich würd sagen, es sah gerade komisch aus, dass es denn irgendwie ein Gegner war. Sisyphus, hast du mit Tissiphony hier vorgebracht? Sie ist nicht viel für eine Gespräche, ich glaube nicht. Tissiphony? Achso, ja, ich habe in fact, Prinz sagte. Sie hat auf mehrere Male, die Wahrheit gesagt. Also ist sie zurück, ist sie? Sie ist, aber ich glaube, sie ist zurück, um mit mir zu sprechen. Ich muss sie ziemlich beschäftigen, nur in der Fall. Achso, Prinz. Von all den Furi-Sistern, sie ist derjenige, ich würde es nicht mehr interessieren, zu sehen. Aber wenn du zu weit bist, du weißt, das ist so, wie es geht. Äh, Prinz, das hätte ich gerne. Es ist einfach, oder? Oh, danke. Ein Shop? Echt jetzt? Einen Scheiß-Shop? Ach, leck mich. Aber das brauche ich halt eigentlich nicht, na? Kann ich denn hier irgendwo angeln? Engeln? No, keine Engeln, okay. Ähm. Ich nehme das Upgrade. Noch mehr Giftschaden für die Autohits. Und wer wird's? Und wer ist es? Ah, okay. Ja, ich muss jetzt gegen dich kämpfen. Hm. Oh, war. Nicht schlecht. Und sie ist im Gift gestorben, danke. Sie will nicht so like this. Da hätte ich es für ein kleines Wunder, dass ich selbst ihre Geist hier hinunterwende. Hat relativ viel Schaden gemacht. Gibt es hier auch irgendwas, was ich mir nochmal anklotzen kann? Alter Schwede, die Hände an den Wänden hier. W-w-w-wande genau. Die Hände an den Wänden ist halt schon creepy. Und auf geht's. In die nächste Etage. So viel für die färenden Theorien. Ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen. Äh, Schwung, äh, beträgt 15 Prozent Heilung, okay, so viel zu 13, quasi eine Geschwindigkeit für so und so lange, nö, alles gut. Äh, Alter, ich finde die, die sieht heute echt nice aus, ne? Auf geht's, dann. Auf geht's. Äh, ist hier vorne direkt irgendwas, wo ich fischen kann? Na, na? Schade. Na gut. 1960, 2020,